Hallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Play Together von Let's Gaming und zwar mit mir als ja und mit Exclobiertsch. Ja, mit Exclobiertsches und wir spielen Super Mario World wie ihr sehen könnt und wir hauen direkt rein. Start. Man sollte sagen wir sind, ich bin ein großer Noob und Exlobiertsch Und jetzt um pentruecen, wha wohin im Moment Ich kann kein spainisch. Ich kann auch kein französischen. nicht ich habe chinesische eltern aus norwegen ich hab welcher aus guatemala ja du kannst ja gar nix wuuu du hast die joshimunze du hast die joshimunze nicht bekommen scheiß drauf uncool ich hab einen pilz uuuuun es ist auf pilzen ja normal wie soll ich die schule überstehen du 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 daiskut eh hier genau wir spielen auf dass statua er hat mehr als dies aber wir machen weil es können und ja mit weghpoint im ersten Level 2 Boah, war warm Hoch, 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 für extra nehmen Lauf! Ja! Super Perfekt, die werden wir noch brauchen Ich will da nicht hoch Feuer Ich könnte auch laufen Bösser Chuck Naja, Hauptsache, ähm Du schaffst die Level und ich verkack jetzt sowieso Nein Kannst du jetzt Irlo Switch Palace machen? Das ist einfach nur durchlaufen Y'all Nö, nö Der gewöhnt dir Ah ne, hier ist minister Thomas Ah ne, ist jetzt meine Hasslevel Also, einer von vielen Also... Ah ne, doch nicht Oh, Fail Egal, lauf einfach weiter. Ist da ein Pilz? Äh, ne, da wär einer gewesen. Wären wir schon im Palace gewesen. Ich glaub da rechts ist einer. Ariyoshi, guck mal. Ariyoshi ist... Dumm. Also hier kann ich nicht reden, weil er... ...manchmal so Aussätze hat. Was sind deine Sprachfehler? Ach, ich bin wieder da! Shit happens! Ey, ich hab den Leuten gerade von deinem Sprachfehler erzählt. Ja, ist kein Problem. Genau, mein Sprachfehler. Wow! Er hatte halt einen Kriegsunfall und seitdem fehlen... ...neun Achtel seines Gehirns. Ich hab den erst verstanden. Das sind Extraleben, falls du willst. Äh... Ein echter... ...Mann... ...braucht keine Extraleben. Oh. Ne, einen MP Switch. Oder auch nicht. Oh! ...Bing! Also 소 outta allem für einen unserer testläufern haben wir dafür IDs 30 Minuten gebraucht. Äh, Was Creep? S Zentrum und overlapierendbook-Z Gemba. Ich bin Bill Gates. Oh, du Idiot! Du hättest so viel Münzen noch holen können. Aber naja. Spirschbeller ist die Power des Switchs. Du hast gut gepusht. Blablabla. Turnen in blablabla. Ihr Prozess wird auch geholfen. Also, leere Blöcke sind volle Blöcke. Aber nur die gelben. Und er spritzt durch das Land. Und die so weit ich es kann. Continue uns safe. Und ich bin wieder dran. Oh ja, wie ich diese Level liebe. Aber ich... Klingt schon mal gut an, ey. Ja, ich bin total nervös. Ich hasse diese Level. Das tun die immer. Jetzt bist du auch auf Pills. Ach, Yoshi ist doch... Mit dem verkack ich immer. Mach einfach. So wie du es magst. Puh. Hart. Schnell. Ich komm mich hier weg. Hä, wie soll ich denn da wegkommen? Ja, du hättest auf die Plattform springen müssen. Nicht da ganz oben drauf. Ja, sag es doch. Ja, ich hab gedacht, das wäre offensichtlich. Ich bin echt... Uhhh... Leise mich das... Sowas ist echt... Ey. Mann! Dafür bin ich ja da... Kein... Unnötig. Unnötig, Digger! So unnötig Du darfst immer viel zu lange darauf stehen Nein Oh, der war nice Oh, du nimmst hier auch Shae Nicht, du verkackst lieber Oh Gott Weißt du, wenn man klein ist, ne, dann ist man weitaus besser Mit Waypoint Also Panzer, die auf dem Rücken liegen, kann man aufheben, ne? Das ist toll Wissenschaftlich bewiesen Ja, von der Mario, Technologie, GmbH, Harward, FC Köln Boah, mach die Level, ich will die nicht machen müssen Ich mach doch Mach sie jetzt Ja, hallo Stell mich nicht unter Druck, da kann ich so nicht arbeiten Wir sind ein sehr gutes Duett Ja Nein Also nicht unter Wasser, aber mit Wasser Also das ist die nächste Hasslevel Glaube die danach und 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 weiter war mir noch nicht Aber die danach war ganz okay Nach oben und springen war das Genau So gut Ich lach mich tot Tot Beste Taktik ever Ich hab Angst Sollte darüber nicht lachen Genau Oh Mann Mann, Mann, Mann Bullshit Scheißding Heuer What's for What's love What's